das spiel ist auf der einen seite kurz reingezogen ja ich hab dir extra geschrieben du hast noch 20 sekunden schnell pinkler oder hat sie dir eine flasche jetzt geholt für nebenbei nicht auf toilette aber ganz schnell das war wahrscheinlich das was du polter gehört wenn du jetzt müde bist du darfst ja nicht schlapp machen weil dann kriegt der kinder dich als erster das kann sein ja bei meinem glück werde ich wahrscheinlich wieder direkt neben dem killer spawnen wie weit witteln ist wahrscheinlich in ostern runter gesetzt keine ahnung wie wir oder haben wir mal gucken scheiße sagt mir jetzt bitte nicht dass das für die krüge oder so ist ach nein hier ist einer das bin ich echt jetzt nicht das ist der andere ist der andere ja auch diese komische drohler wieder ist er mir voll vorbeigelaufen mal wieso hat er mich gesehen mich nicht dann bloß nicht zu mir ich hole dich dann okay ist jetzt zumindest ich sag doch wo rennt der jetzt hin ist da ein generator oder warum rennst du hier so drauf ja geil und ich renne ihm hinterher da ist ein generator ich verstehe nicht wie ihr das schafft nein ich meine dieses wickel dass man da runter kommen kann das habe ich doch auch nicht geschafft das habe ich einmal bei dem typen geschafft weiß noch nicht was er gemacht hat da ich das geschafft habe ist er noch da jetzt hat er explodieren lassen scheiße also bei mir ist er nicht er kommt aber ich höre wieder er kommt wieder zurück ich höre die musik zumindest ja er ist wieder in der nähe bei dir ja er ist vorbei gerannt ganz ganz leicht ja er ist wieder weg oh ja oh ja ist hier ist hier nicht rennen nicht rennen da wird ja ich muss aber erst mal weg rennen ne dann sieht er es von anfang an schon nicht rennen oh mann der typ kann aber auch keine generatoren machen ehrlich ach scheiße ey mann was denn? hat er dich jetzt aus? ja er ist bei mir jetzt brauche auch keinen von diesem scheiß werkzeugdinger mehr mitnehmen ey wieder völlig umsonst bei dir? ja sag mir wenn er da weg geht oh geil ja scheiße jetzt habe ich das auch noch gemacht boah gerade so immer noch bei dir? aber ich höre die musik noch ja ich höre auch noch ich bin an diesem scheiß schiff in dem schiff ja bei dir in der nähe also beim last in der nähe habe ich den eben gesehen deswegen nicht ich weiß nicht wo der zu ihm gelaufen ist scheiße scheiße nicht rennen nicht rennen nicht rennen oh da ist er da ist er ich habe eine safe hook rescue gemacht so ich bin jetzt am baum ja der ist direkt bei mir in die ecke wow 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 ich heil mich hier da wo der generator halb fertig ist ja ah den generator zerstört er gerade ja der rennt in eure richtung jetzt mann ich will dich heilen so muss ich die auch noch heilen? du bist auch noch nicht ganz gehalten ne? ich habe den typ befreit hm ok ah aua sollst du mich nicht umbringen? sollst du mich heilen? ja wollte ich ja eigentlich aber habe mich dann doch um entschieden ja selbst gemerkt der kann sich aber selber heilen das ist auf jeden fall kein anfänger scheiße sie hat mich halt dich durch wo bist du? hinter irgends einen dicken baum ja du bist aber wieder geheilt du bist doch gesund hä? sie ist hinter mir her gewesen ja aber du bist auch nicht aber sie hat dich nicht gekriegt ne ne ja ich habe gedacht sie hat das war so dermaßen nah dran da ist der generator sollen wir den machen? wo? ich zerstöre backen tot hin ich seh ihn nicht glaubt hin hier ja du hast ne kiste hm ne gute sogar ne gute? oh das war knapp irgendjemand ist getroffen worden? ja ich bin's nicht ihr kommt scheiße ihr kommt ihr kommt weg 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 hätte er einen aufgehangen ja ich sehs wo bist du denn hin Nils? ich bin ins Dings hier hinter die Gräse boah ja mann ich hab das hat sich nicht gut angehört scheiße das ist aber bald tot also Killer ist bei mir in der Nähe ich versuche ihn runter zu holen ich hol zu den Typ oder? ja ist unten ist unten ja dann ist der Killer doch bei uns auch hier gleich besser oh was machst du da? ach da seid ihr? ja bei euch in der Nähe aber da war was auch nicht ich hau ab oh ja pass auf bei dir bei dir hat er dich jetzt gesehen? ja nicht ja nicht ich warte mal ab ob der sich jetzt nur auf dich konzentriert ach da läuft er mit ja ich bin tot das heißt ich kann nochmal einmal Space machen vielleicht ja komm schnell zu dir warte halt durch halt durch halt durch Scheiße jetzt wird grad offen ja ist erledigt ist erledigt schnell weg danke ich hätte sich aber auch heilen können denk dran ja aber ich wollte hier mal weg aus der Ecke das ist doof weil wir alle in der Ecke waren hier ich mach den Generator zu Ende mach das wir lenken den Killer ab ja aber wichtig ist dass du auf jeden Fall geheilt wirst ich verblute gerade sowieso irgendwie hier ich habe aber ein Medipack gefunden ich heil mich mal eben boah da sollte man eigentlich meinen wenn man außen hat geht der hat mich entdeckt scheiße findet man immer einen Generator mann hinter dem Ding ne warst du schon mal? er war schon einmal ja der hat mich geschlachtet wie geschlachtet? ja ich bin direkt tot hä hä? instant du liegst aber noch da ne krass der hat mich nicht mal aufgehangen hier oben ist auch nichts wie geht das denn? ja wie kann ja klar du Penner wie geht das? Mann ey ach scheiße du bist aber auch schon aufgehangen gewesen ich habe mich gerade geheilt ja ja ich bin auch tot der hat mich jetzt auch geschlachtet wie ey ist das abartig super aber der Typ lebt noch was macht der Typ? der hat noch keinen Generator der hat noch nicht einen Generator der versteckt sich wahrscheinlich gerade genauso oder der ist genauso doof wie ich und findet ihn nicht ey die müssen irgendwo innerhalb der Map sein ich bin jetzt einmal komplett außen rum doch er macht jetzt einen Generator und ist gleich getroffen worden von dem Typ da ist er er ist jetzt auch platt ja hat einen Kopf äh hat die Axt im Kopf scheiße ist geil hä hä wieso kann er die alle machen? ja beachtet mal ob der jetzt hier an dem Haus vorbei läuft ja das sehen wir ja nicht sehe er nur noch nicht der andere ist ja auch tot also er war eben noch bei dem anderen an einem anderen Generator also ein bisschen alle kleinsten zwei Generator so schnell muss ich scheiße oh ja das Problem ist bei dem Gebiet du weißt gar nicht wo der jetzt genau war eben ich mein ah ich hör ne ja der macht den Generator bestimmt ja Achtung der rennt hier ja pass auf ja aha das ist echt äh Psycho Achtung ne ich wollte gar nicht zum Generator ich wollte da weg ja sonst geh doch nochmal zum Generator jetzt ist er weg ja aber der kommt wieder der weiß das nicht gut ja aber macht doch den Generator weiter ein Stück gut er kommt wieder da ist er Gameplayern auf der Flucht vor dem Keller ja hat der denn eben kaputt gemacht ne ne der macht alle kaputt ne den Generator weiß ich nicht ich glaub guck mal ob da noch was drauf ist der vorgetreten hat aber nicht ne ein bisschen nein das ist nicht wahr heute ich glaub ich glaub du solltest mal zu einem anderen gehen weil ich weiß aber nicht wo die anderen sind das ist ja die kacke das ist der einzige den ich gesehen hatte auf dem hinweg und ich hab eigentlich gedacht der andere typ hatte den schon gemacht da hinten ist er glaub ich wieder ne der ist ja verrückt er ist ja gerade gestorben bei einem ja ich hab gedacht dass er den davor schon gemacht hätte oh Achtung boah der dreht sich da rum hatte ich nicht gesehen doch er hat gesehen scheiße ja ich hab gedacht wenn ich mich nicht bewege sieht er mich nicht da ist ein Generator ja toll danke da ist er brauche ich den noch nicht mehr rennen forest nein da hinten ist was du da aufhängen das ist schlecht rennen forest rennen oh ja geil beim runter springen willst du mich verarschen ii ist das mutig so ja super na ehrlich hallo boah und ich hab diesen Herzschlag hab ich jetzt noch in meinem ich hab 150 von den Münzen verdient warum das denn scheiße oh ach so mit dem das meinst du für zu fahren ha ha oh der hat aber wahnsinnig viele perks ey und zu viele in lila auch da darf 1d ach das ist ah ok da bleiben wir doch noch mal kurz in der light mhm er hat gesagt das ist ein perk das der instant geben kann so mit dem das machen wir doch noch mal kurz in der ländle ist das ja das machen wir doch noch mal kurz in der ländle Aber ich würde sagen, ich liefe schon mal diese Aufnahme. Ich auch.